Hallo und herzlich willkommen zu Race of Space wieder mit Starcam ich hab mal geschrieben James Hi Ah James 2 antwortet mir es sind 3 James, also James 1, James 2, normal James Na wenn man direkt ich werde ganz und ich bin direkt gekillt worden ich hab mir ein Kill geholt was sagst du? ok jetzt haben wir gleich Los James 2 James 2 hat keine Chance ich hab gehört ich fang jetzt an es abzugehen gibst du noch? ja ok ich hab ein Kill so 2 so bist du, wo bist du? da du bist draußen ich hab einen gekillt also ok ich guck mich bei dir ein bisschen um ob bei dir jemand kommt oh ich hab mich zwei der Rest war die tot na gut ich hab gewonnen ja und dann ja nicht dir ist es ich hab mich da in meine Schussbahn Lohr wie gesagt haben wir nur aber ehrlich wie konnte der jetzt hinter mir sein da mit zwei Mauter vorrennen was der Konflikt annehmen ich konnte nicht ich weiß manchmal nicht was die haben die kill mich ja ich bin gerade so meint wird leben bestraft warum wird das bestraft ich sterbe jedes meister schon aufgefallen 0 wer hat mich jetzt gekehlt ich kann es nicht ich kann es nicht wo er immer glück gehabt habe ich wieder merke es ist du ein arsch er me und freiglich nicht unter dir unter dir in der treppe okay man kann ich so gut sein aber raus gut geschlagen das letzte war nicht klappt damit zwei hat sich immer wieder selbst gekehlt okay ich habe mich selbst umgebracht aber mit mir noch einen anderen wir haben gewonnen wir haben verloren ich habe nicht mehr gegeneinander ich habe gehört dass ich die lüge wo bist du dann kommt das gegeneinander er kann das Gegner dass er die Spannung ein bisschen schweiz ach scheiße ich bin tot aber ich habe mehr Kitter als du ich habe ja klar komm her sniper ich habe einfach keine kills am Anfang nicht immer nur wichtig das ist für scheiße gut durch genau wie am Anfang bis zum Ende und ab jetzt ein Kill gemacht dann hat er 15 Kills alle weg da ich hatte und die Wurke sich gilt Prozent von dem Jahr im Jahr die drei Wochen da ist er auch nicht drauf geschossen ok gleichzeitig das war das als afk ich habe auch kein kitz Oh, jetzt hast du die Ballon überhöhlen Wann gefällt dir die dir da? Hey Ich glaube, du bist dran, wach doch mal, wach, es ist dann langweilig hier Ja Ich passiert aber gerade nichts, also Big Star Also, los, Cap, los, Cap Also, los, Cap Oh, man Oh, man Wichser Na los, Lukas Hinter dir sind zwei Der letzte, komm Die gehen das MG-Feuer Sof, da, ja, schieß drauf Wichser Das bleibt einer, ja Okay, der Scooter zum Schaufel gewechselt Das hab ich jetzt manchmal nicht gemacht Ist schon So, na guck was der macht Johnny 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 Bro Okay, drei, drei Okay Okay Das war ne scheiß Idee von mir Ihr werdet jetzt alle sterben Das war ne Das war ne Du bist der letzte Bist du der letzte Bist du der letzte Nein Und was hat er das ist Die versteckt er sich Ja Gut Nein Gesundheit Danke Danke ich habe von irgendeinem bohren das rechte haus ist der auf dem dach das war ein rechtes aus dem dach selbst wenn die noch nach oben scheiße ich dachte er schafft es nicht so zu fehlen so wir haben pink sind vier punkte warum mache ich das wir haben ja so doofen rennen mitten rein niklas hat er die macht er sofort hat schaut wie macht er das nicht gern wissen ich wäre ja was du direkt weißt du so der basti los ab mach mal was johnny so ist johnny kill den basti da oben los was du schießt und Dann, Junge. Dann, Junge. Dann, Junge. Dann, Junge. ... ... ... ... ... ... ... ... ab 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 ich habe gehört ihr habt stärkere team da war einer macht du bist da oben ich meine da hinten da hast du mich krass gekillt kann man ja nicht mal in ruhe schlafen ich habe gleich doppelt so viel ist wie du und sagst vor allem durch das merkel ist okay er wird doch mehr leute mit klaus es zählt nicht ich habe zwei leute mehr kann sein aber mal es geht um die kills ich habe zwei leute mehr auf äh steht bei dir auch gerade kickt beim warte amortgleich nur immer wieder war anhand zu wechseln arena meint so was die andere schweiz arena weißt du hast lust schweden nein nein wir sind gerade in schweden oder so keine ahnung äh wie wir sehen wir sehen uns gleich auf anderen server bis gleich wir kommen zurück wenn es da ist noch schon eine weghauen wir kommen in der fährenrunde in der Welt jetzt ist eine gefährliche 2 das gerade das ist denn wir auch noch ein gang also anscheinend kennt er anscheinend ich bin hinter mir hingekommen die kaffee hat das gibt es keinen anderen eingang erkennt sich anscheinend auf der map aus aber ich habe auch getroffen er ist auch mein kaufmer ja 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 Ich wusste, dass du von der Seite kommst. Hättest du nie gedacht, ne? Ich gehe ganz. Es ist immer noch umfällig. Er ist zu zweit. Der ist jetzt auf, klar. Ne, jetzt ist er wieder da. LOL. Oh, ich wollte angeschrieben. Ganz schnell, ganz schnell. Von wem? Keine Ahnung. Ich kann nicht gehen. Tut mir leid. War ja klar, ich bin sofort killed. Ich habe gehört, ich schenze mein Team zu dein Team. Und ich habe die meisten killed. Ich habe die meisten killed. Ja, ich habe die meisten killed. Wer hat die meisten... Ey. Ja, mich. Jens ist doch schon wieder. Na, das müsste... LOL. Jens schon wieder ist ja schön. Und ihr sterbt mal schnell direkt. Loll ist ja blöd. Ja. Das sieht ziemlich toll aus bei dir. Löffner Granate. Jetzt, äh, jetzt wechsel ganz schnell. Eine Granate reicht. Wer denkt an, wir locken, wir wollen hier mit einer Granate nur anlocken. Mehr nicht. so ich kann dann nicht mit dir gucken jetzt was die ecke kommt also ich weiß nicht was in der ecke kommt ich kann nicht gucken mit dir in die ecke dann ist einer vorbei hey das ist ja noch umfährer so danke das ist ja noch umfährer okay unfair hoch 10 voll voll wer noch einmal die Kälte weil ich geil ich habe es nicht gehört ja auch schon wird die Waren geschossen es gibt aber ein Trick und der Dreck nicht wie viel es geht Prozent Prozent doch er kann durch die Md ich bin ja der ist da unten Na? Ja. Das muss man an den Ton. Der ist auf dem Dach. Oder so. Okay, ich hab nicht nachgedacht. Und das waren so, dass jetzt drei. Ich hab' mich dann perfekt aufgegangen, weil es keine drei wär. Ich hab' immer noch einer allein. Okay. Wir machen auch die drei fertig, ne? Oder? Hm. Ach, warum? Das ist nicht mehr der Kicks weg. Das ist nicht mehr der Kicks. 1 1 Acht, mein Englisch ist nicht so gut Auf deutsch gesagt, du hast sogar gar kein Englisch Wo ist der andere? Warte, guck mal Keine Ahnung, ist da wohl auf dem Dach Der kämpft wahrscheinlich auch, so wie ich, ne? Ich hätte ein bisschen erst auf K Es ist ruhig Zu ruhig Ich bin durch den Bogen gebackt So unfair waren durch den Boden gebackt, ne? Wie war das gerade eigentlich? Ich hab aber einen Aber es geht halt schon gebracht, aber so Descarado Man hätte einen gepustet, aber gewaltig Man hätte einen gepustet, aber gewaltig Okay, ich hätte einen Headshot geben Hinter dir, hinter dir Was hinter mir könnte hinter mir sagen, ne? Weiß noch die Waffe Ich will noch die Waffe wechseln Ne, guck mich mal an Guck mich mal an Deine Nase nur zwei Pixel Lollipop Lollipop liefst du noch? Ich weiß, ja Du bist schon Mach ich mich mal an Ja Ich mach dich jetzt ok 11 das letzte überlebende wieder hinter dir der kopf hinter dir der d d d Prozent wir hatten ja die beiden haben gleich hier Abba-Babba-Babba wenn man kommt schließlich auch drauf hast du musst auf beiden richtungen ebenfalls nach der reich derzeit nicht gut achten kann ok welchen treffer Lackritscheiße Möchte Lackritsche oder nicht wenn ja dann hat's halt die Blödsinn niemand mag Lackritsche Lackritsche einer der ekligsten Sachen die je hergestellt wurde Doppelkiel und wer die meisten killt wer die meisten killt ich würde sagen um ich will damit ja nicht angeben oh komm jetzt du Arsch Lackritsche wird mir übermutig wer die meisten kills ich würde sagen Lackritsche 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 ach du bist das da du darfst warum bekam ich jetzt keine zehn punkte bekam ich nur 100 ich dachte schon 110 irgendwas Prozent 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 er war draußen er ist draußen auf dem Flügel, ich habe gerade das Fenster gesehen Ich gucke auch gerade das Fenster durch Da kommt der Arte Das sind 3 gegen 3 jetzt Der Brunnenauf ist 4 8 3 6 4 3 5 8 4 Und, irgendwie ganz aufhören oben er kommt gleich die Treppe runter ich glaube er ist gerade erst oben hier runter er soll erotter fack mutter fack um mein garten meint älter tut gehen Wir sind alle unten, ne? Lügner! Oh, ich bin draußen, oh fuck! Oh, ich bin draußen, oh fuck! Wie ihr alle da am Tor rumquetschen seid! Oh, ich bin draußen, oh fuck, ich bin draußen, oh fuck, ich bin draußen, oh fuck! Oh, ich bin draußen, oh fuck, ich bin draußen, oh fuck, ich bin draußen, oh fuck! Oh, ich bin draußen, oh fuck, ich bin draußen, oh fuck, ich bin draußen, oh fuck! Oh, ich bin draußen, oh fuck, ich bin draußen, oh fuck, ich bin draußen, oh fuck! Okay, mehr ist unten, oh fuck! Okay, mehr ist unten! Oh, ich bin draußen, oh fuck, ich bin draußen, oh fuck, ich bin draußen, oh fuck! Oh, ich bin draußen, oh fuck! Alter, wie du willst, ich war keine! Hey, also Team Gater geht, das Team LV und LVG, das geht, äh, noch nur irgendwie! Und wie du, das ist perfekte Kampftaktik und ihr geht nach da! Boah, das ist doch kackig! Das ist doch kackig! Pass auf, unter dir, du Kiele! Und neben dir! Ja, okay, Kiele, hast das so gut gemacht! Arschloch! Nee, da oben noch! Die starten eben die Besten! Team, da, vor! Team, da, vor! Run! Fer! D envelop! Auf! 編1 Auf! unter dir statistisch 10. Du bist voll Camper. Ich laufe die ganze Zeit der Form rum und gewinne. Das kann aber nicht wahr sein. Das kann aber nicht wahr sein. Geht doch. Ah, er hat einen dritten Spieler. Ja, aber ein muss sich doch töten. Ich weiß nicht, wenn der drittspieler verrät, wo er ist. Ach, geht doch. Wir hatten hier die meisten Kills. Ich muss hier einfach kurz loswerden. Neu Wort, Camper Noob. Erstmal. Wichser. Erstmal die besten ausschalten. So sieht's aus. So ist der Part vorbei. So ist der Part vorbei. Ich mag jetzt nach diesem Spiel. Ja, ich hätte so welche Wichser jemals in der Spielzeit ausgeben müssen, aber in Wirklichkeit sind das einfach nur Errors. Ich bin gerade erst wieder warm gelaufen. Wer staubsauger. Hm, wer staubsauger. Ja. 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 Nichts. Der ist mit dem Einladen. Der ist die Wichter von drei Stück weit im Team. 些 Wichter von den Deutschenimpfen. Prozent 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 das kann jetzt nicht echt nicht wahr sein wer hat mir die meisten Kiel ich fange jetzt gerade an ich würde sagten ja mal gleich viel Prozent durchsleicht der Beutel Hacker er bleibt wir haben jetzt da mal sehen dass ich ob ich hier die meisten Punkte bekomme nach da muss einfach mal nach feier ausschauen hat Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017